Ja, heutige Tagesthemen im Heute-Journal auch eben. Die meisten Expertenreformer sind Lieferanten von vorteilbringenden Irrtümern von Sparten. Also bitte, liebe Parteien, wir 2020 die Basis, seien Sie auf der Hut davor vor den Experten und lassen Sie die Experten durch die Experten von den Next Scientists for Future überprüfen, daraufhin, dass es sich eventuell einfach um vorteilbringende Irrtümer von NGOs handeln könnte. NGOs, das sind Gruppierungen, da geht es um professionelle Bettelei, das Erbetteln von Spenden, das Erzeugen von Mitleid mit der Welt und mit den Pandas und den Eisbären und den anderen Weltbewohnern und so weiter. Und über diese moralische Mitleidskeule sozusagen wird versucht, Gelder aus den Bürgern herauszuleiern, sozusagen im Sinne einer moralischen Erpressung und dadurch sozusagen an die Gelder des Kuchens heranzukommen. Wir haben ja deutlich gemacht hier, ich zeige es Ihnen mal gerade schnell, wir haben ja deutlich gemacht, dass es darum geht hier, das ist der gesamte große Kuchen, um den es geht und die verschiedenen Sparten, wie zum Beispiel die NGOs, die Sozialsparten, die Pharma-Impf- und Test- und Maskensparte und so weiter, also alle Sparten versuchen oder haben die biologische Tendenz, die unbewusste, nichtbewusste biologische Tendenz, möglichst viel aus dem Kuchen herauszuschlagen und dadurch schädigen sich auch alle Sparten gegenseitig, denn zum Beispiel die Pharma-Impf- und Test-Sparte versucht natürlich auch aus den Mitgliedern der Sozialsparte so viel wie möglich Geld rauszuholen und die NGOs-Sparten versuchen wieder aus beiden so viel wie möglich Geld rauszuholen und das müssen wir ja endlich beenden. Also sozusagen dieses Spartensystem, dass jede Sparte quasi den Rest der Gesellschaft schädigt und besonders die Personen, die keiner Sparte angehören, die wären jetzt hier in der Mitte sozusagen, die werden quasi nur geschädigt von allen Sparten und diese Schädigung muss aufhören und das ist genau das, worum es bei den nextscientistsforfuture.de als Experten geht, nämlich, dass diese gegenseitige oder diese grundsätzliche Schädigung in der Gesellschaft aufhört, wir dadurch alle ein großes Wirtschaftswunder erleben und diese Gelder verteilen können, sodass wir dann jedem arbeitenden Menschen zum Beispiel 700 Euro netto steuerfrei pro Monat in den Geldbeutel geben können, aber entscheidend ist für mich jetzt nicht die Geldfrage, das ist ganz nett vielleicht für manche, aber entscheidend ist für mich, dass dabei auch das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Bevölkerung gesteigert werden, denn Wohlstand haben ja die meisten genug, aber es, sagen wir mal so, diese 700 Euro monatlich sind so ein kleines Zusatzbonbon, ja, aber entscheidend ist, dass wir alle viel glücklicher, viel gesünder und viel länger leben dürfen und das ist doch entscheidend, oder? Ja, und das Dilemma ist eben, dass diese anderen Experten, die zum Beispiel von wir 2020 EU bei der Erstellung des Wahlprogrammes Baden-Württemberg berücksichtigt wurden, nach eigenen Angaben sozusagen, die wir da auf der Homepage gefunden hatten. Diese Experten sind eben auch wieder nur überwiegend Lieferanten von vorteilbringenden Irrtümern, von irgendwelchen Sparten oder NGOs und laufen am Ende oft auf mehr Sozialfälle hinaus, mehr Arbeitslose hinaus oder, ja, und, ja, und dann eine dieser NGOs, Nichtregierungsorganisationen scheint ja auch die Rudolf-Steiner-Bewegung zu sein, die irgendwie immer wieder in den Wahlprogrammsendungen auftaucht, was ich nicht für glücklich halte, weil die Rudolf-Steiner-Bewegung und Anthroposophie und so weiter steht ja bei Teilen der Gesellschaft unter Sektenverdacht und ob das so glücklich ist, sich mit einer Sache zu assoziieren, die unter Sektenverdacht steht, deswegen wird man vielleicht dann auch irgendwann angegriffen und so weiter. Also ich kann da nicht zuraten, ja, zu so etwas. Und dann haben wir hier, ja, heute wieder natürlich, es geht eben darum, was wird aus den Parteien, was wird aus Bhakti, für mich geht Bhakti wirklich jetzt raus aus Deutschland. Und da sieht man, dass die Macht eben nicht hier bei den nachdenklichen oder kritischen Menschen liegt, sondern die Macht liegt im Mainstream und deswegen müssen wir ja sozusagen diesen Krieg der Sparten gegen den Rest der Gesellschaft sozusagen beenden, weil es nur politisch geht und weil man keine Chance hat, sondern am Ende wird es so sein, was weiß ich, Man sieht ja schon, der Bhakti ist schon entnervt und will, glaube ich, oder hat schon Deutschland verlassen. Bodo Schiffmann will man die Approbation entziehen und so weiter. Also man wird, all diese Leute werden wahrscheinlich mit gewaltigem Gegenwind rechnen müssen und weil es eben die Machtfrage eben ist und ohne eine neue große Volkspartei, die es nur geben kann, wenn die Next Scientists for Future als eine von circa drei bis fünf Experten dabei sind und dann auch immer sagen können, ja, und dann auch immer Rückmeldung geben können, Und hier, ach, dieser Experte, auf den ihr bis jetzt gehört habt, das ist in Wirklichkeit sozusagen, der liefert eigentlich nur vorteilbringende Irrtümer, VIs, also parasitäre Meme, Killerviren, das Geiste, das ist eigentlich nur ein Lieferant von sozusagen hier vorteilbringenden Irrtümern im Rahmen des antikooperativen Anteils, ja, das handelt sich dabei um das antikooperative Element, das manipulative, das parasitäre Element in der Gesellschaft und darauf reinzufallen, also auf diese, diese, sowas in ein Parteiprogramm zu übernehmen. Es gibt keinen schlimmeren Fehler, den man machen kann, als sozusagen vorteilbringende Irrtümer von Sparten, also quasi Manipulationen von Sparten oder NGOs und in ein Parteiprogramm mit aufzunehmen, weil man damit ja eigentlich quasi sozusagen schon mal für den Teil der Wähler, die nicht zu irgendeiner Sparte gehören, also die hier in der Mitte, für diese Wähler, die nicht selbst Teil einer Sparte sind, für die ist man ja dann quasi nur schädlich, weil man ja im Wahlprogramm quasi politische Konzepte und Forderungen drin hat, die diesen am Ende wieder Schaden zufügen und irgendeiner dieser Sparten hier außenrum dienen, die wie quasi wie die Geier darauf programmiert sind, biologisch sozusagen möglichst viele rauszuholen aus dem Gesamtkuchen, also auch von den und dieser quasi, dass jede Sparte auch die anderen Sparten schädigt, das ist ja alles sinnlos, das sind ja alles Reibungsverluste, Energieverluste, anstatt dass ein Staat synergetisch, also irgendwie miteinander gemeinsam an einem Strang zieht, ist es ein einziges gegeneinander ankämpfen und das müssen wir beenden und das geht eben nur, indem man starke positive Anreize setzt und also quasi jede dieser Sparte dazu zwingt, dass es ausschließlich Gutes für die Restgesellschaft zu tun und eben nicht zum Beispiel wie das Arbeitsamt sozusagen Karrierechancen und Karrierechancen sich zu vergrößern, indem man ohne Bewusstheit, also nicht bewusst alles dafür tut, dass die Zahl der Arbeitslosen immer größer wird sozusagen, weil dann die Karriereaussichten und Karrierechancen der Sparte, der Untersparte, der Sozialsparten, Arbeitsamt dann immer größer wird sozusagen und ja, also quasi, wir dürfen es nicht mehr zulassen, dass jede Sparte einen nichtbewussten Krieg gegen den Rest der Gesellschaft führt, sondern wir müssen mit starken, positiven Anreizen, starken, positiven Belohnungen aller Art, die alle Sparten dahin lenken, Diener am Ganzen zu werden, ja, und das sind sie im Moment nicht, das sind die Menschen, die ist der naive Mainstream, die unterstellen überall, ja, alle bringen uns doch nur Wahrheiten, es gibt nur den kooperativen Anteil, alle ziehen doch an einem Strang, auch die Impfindustrien und die Pharmaindustrien und niemand macht da Profite auf unsere Kosten, das ist der naive Mainstream, das ist das und die vernünftigen Leute erkennen als Naturwissenschaftler, nee, es gibt diesen gewaltigen antikooperativen Anteil, weil es zu viel Gewinnmöglichkeiten und Vorteilsmöglichkeiten gibt durch antikooperatives Verhalten oder durch das Antikooperative, das Manipulative und das Parasitäre in der Gesellschaft und diese Tür müssen wir zumachen, wir müssen daher durch positive Anreize dem einen Riegel vorschieben und ein Aussterben sowohl der kriminellen Lügner als auch der Träger von vorteilbringenden Irrtümern, wir müssen also das Aussterben der vorteilbringenden Irrtümer beziehungsweise der parasitären Meme oder Killerviren des Geistes erwirken. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, das ist also das Dilemma, in dem wir stecken, ne? Also, ich lese mal weiter vor. Bei den Arbeitsamtmitarbeitern ist zu beachten, bei der Setzung der richtigen positiven Anreize, dass wir die Verdienstzuschüsse abhängig machen von der Erhaltung der bisherigen Arbeitsplätze, damit eben nicht die Gefahr in ihrem Bezirk, also die Mitarbeiter des Arbeitsamts dürfen nicht profitieren können, indem sie an einem Teil ihres Bezirkes neue Arbeitslose schaffen sozusagen, indem sie Unternehmen schädigen oder so, sondern es muss so sein, dass die Arbeitsamtmitarbeiter auch gleichzeitig die sind, die sich rührend um die Situation der Unternehmen kümmern und so vielleicht sogar manchmal ein bisschen aus ihren eigenen Etats heraus die Mitarbeiter des Arbeitsamts. Jeder hat ja dann einen eigenen kleinen Etat, mit dem er auch eingreifen kann und auch manchmal Situationen retten kann. Und wenn es zum Beispiel manchmal mit einem kleinen Geldspritze möglich ist, zum Beispiel Arbeitsplätze dauerhaft dann wieder zu stabilisieren oder zu erhalten, dass die Mitarbeiter des Arbeitsamts auch das machen. Also das heißt, die Mitarbeiter des Arbeitsamts fühlen sich durch die richtigen positiven Anreize und sind dann zuständig für die Lage der bisherigen Arbeitsplätze in ihrem Bezirk und dafür, dass eben in ihrem Bezirk null Arbeitslosigkeit herrscht, weil alle untergebracht sind. Und dafür werden dann die Arbeitsamtmitarbeiter plädieren für die Abschaffung von Mindestlöhnen, Tariflöhnen und Gewerkschaften, damit auch jeder, der eine geringere Leistungsfähigkeit hat, auch unterkommen kann sozusagen, damit nicht quasi alle, die unterhalb Mindestlohn liegen, gar keine Arbeit mehr finden sozusagen oder in Unternehmen mit Tarifvertrag quasi gar keine Arbeit finden können, wenn sie weniger Leistung bringen, als die Tariflöhne vorgeben. Und dadurch kriegt man dann Vollbeschäftigung. Professor Hans-Werner Sinn hat ja darauf hingewiesen, dass der Mindestlohn, wenn dann nur einen Effekt hat, nämlich Massenarbeitslosigkeit zu begünstigen. Das, was natürlich dann im alten System wieder gut war für die Arbeitsamtmitarbeiter, aber in dem neuen System der Next Scientists for Future wäre das dann eben schlecht. Also würden die Mitarbeiter des Arbeitsamts plötzlich sagen, liebe Politik, wir müssen sofort Mindestlöhne, Tariflöhne und Gewerkschaften einsparen. Wir müssen uns diesen Kostenfaktor einsparen, weil der vergrößert die Arbeitslosigkeit. Und wir wollen ja jetzt, wir kriegen ja nur noch Belohnung für Nullarbeitslosigkeit. Ja, also das heißt, Mitarbeiter des Arbeitsamts werden sich zukünftig durch die richtigen positiven Anreize für die Erhaltung der bisherigen Arbeitsplätze in ihrem Bezirk auch zuständig fühlen und werden Gespräche und Hilfen auch für die Arbeitgeber des Bezirkes eventuell anbieten. Vielleicht sollten die Arbeitsamtmitarbeiter eben auch Verdienstzuschüsse promillemäßig anteilig von allen Steuer- und Abgabenleistungen des Bezirkes erhalten. Werden es mehr in Arbeit befindlich in diesem Bezirk? Gibt es mehr? Und so haben dann die Arbeitsamtmitarbeiter eine sehr saubere Motivation, wirklich Gutes zu erwirken in ihrem Bezirk. Und für jeden Arbeitslosen sollte man vielleicht Abzüge bei den Verdienstzuschüssen, sollte es geben in Höhe eines überdurchschnittlichen Verdienstzuschusses für einen Arbeitenden. Vielleicht macht man die Rechnung also anders. Sie merken es, wir hätten jetzt eine überarbeitete Variante der positiven Anreizsetzung für Arbeitsamtmitarbeiter als Teil der Sozialsparten, Nämlich, dass eben die Arbeitsamtmitarbeiter quasi für jeden, der in Arbeit findet, sich befindet, bestimmte Verdienstzuschüsse bekommen, in irgendwelchem Promillebereich. Und das ist dann ihr Haupteinkommen und sie sozusagen für jeden Arbeitslosen im Bezirk kriegen sie dann Abzüge von diesen Verdienstzuschüssen in Höhe eines überdurchschnittlichen Verdienstzuschusses, damit sie dann auch wirklich motiviert sind, dafür zu sorgen, dass dieser Mensch wieder in Arbeit kommt und dann kriegen sie keine Abzüge mehr, sondern kriegen dann ja wieder einen Verdienstzuschuss. Ja, und daraus folgt, dass dann null Arbeitslose im Bezirk, viele Arbeitende im Bezirk, bringt hohe Verdienstzuschüsse. Ja, und das heißt, dass die eigentlich, die werden dann ja auch, die Mitarbeiter werden einfach mal mit allen Leuten im Bezirk sprechen und auch, ob die nicht auch Spaß dran hätten, vielleicht in dem Bezirk irgendwo zu arbeiten. Ja, und dann werden vielleicht Leute, vielleicht wird die eine oder andere geringe, langweilte Hausfrau sagen, ja, nee, das ist doch ein gutes Angebot, wenn der Arbeitsamtmitarbeiter mir hilft, dass ich da unterkomme, dann kann ich ruhig ein paar Stunden am Tag neben meiner Hausarbeit ruhig ein bisschen arbeiten gehen, einfach aus Schwass heraus. Und schon steigt das allgemeine Wirtschaftswunder in Deutschland und wir alle profitieren davon. Ja, also die Arbeitsamtmitarbeiter werden also durch die neuen positiven Anreize regelrecht zuständig für Vollbeschäftigung im Bezirk und sogar für mehr Beschäftigung im Bezirk. Werden also vielleicht auch Leuten, die so noch am Überlegen sind, ob sie sich den Stress anziehen wollen, noch ein bisschen arbeiten zu gehen, denen machen sie es ganz leicht und dann helfen die mit. Und schon haben wir mehr Arbeitende im Bezirk und das ist für uns alle ja gut, wenn alle ein bisschen mitarbeiten und mitziehen. Ja, das war es schon wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Jetzt zeige ich Ihnen noch hier, jetzt würde ich diese Präsentation, ach so, also erst mal so macht man das, dass man die Präsentation teilt und dann sieht man eben hier überall diese Präsentation oder hier und man blendet das hier aus und jetzt wäre dann die Präsentation auch an die anderen Teilnehmer gegangen. Sie können sich jederzeit telefonisch bewerben für die Talkshows, dass sie teilnehmen können. Ja, und dann haben wir hier, ich glaube, es ist jetzt richtig deutlich geworden. Vorsicht also, die meisten Experten oder Reformer, die sich, also zum Beispiel die Ökonomie von Mankind, hatte sich ja wir2020.de auch angeboten sozusagen und hat ja da auch viele Sendungen gemacht und war in den Talkshows dabei. Aber im Nachhinein kann man nur sagen, das ist auch nur ein Konzept von vorteilbringenden Irrtümern, denn das würde am Ende den Sozialsparten ganz viel in notbefindliche Menschen bringen, denn dieses krasse Umverteilungskonzept der Ökonomie von Mankind durch eine am Ende viel zu hohe Umsatzsteuer und diese Umverteilung, die durch die sozusagen Unterbeschäftigungssteuer als Druckmittel sozusagen ausgelöst wird, das Ganze würde am Ende dazu führen, und das Deutschland verarmt und es ganz viele neue Sozialfälle gibt, die dann wieder betreut werden können von den Arbeitsamtmitarbeitern und den Sozialsparten, die dann wieder größere Karriere machen sozusagen. Und insofern, also Vorsicht, die meisten, nehmen Sie die Warnung der NextScientistsForFuture.de ernst, mit einem Wahlprogramm voll von vorteilbringenden Irrtümern von NGOs oder anderen Sparten wie Sozialspartlern oder Arbeitsamtmitarbeitern oder Medizinspartlern, die am liebsten leistungslose Einkommen beziehen möchten und so weiter, oder auch Lehrern, die weiterhin leistungslose Einkommen beziehen möchten oder Pädagogen und so weiter, hören Sie nicht auf solche Ratgeber. Das sind irreführende Ratgeber, das sind die liefern Ihnen eigentlich nur vorteilbringende Irrtümer von bestimmten Sparten, anstatt kompetente Reformen zu bringen, die allen nutzen, die uns allen positive Ergebnisse bringen. Ja, und dann geht man aus der Präsentation wieder so raus. Also ich würde jetzt hier die Präsentation starten, beenden. Jetzt würden Sie wieder hier fünf Leute sehen, also oder vier, drei, vier, fünf Leute in Bildern sehen sozusagen. Und ja, und jetzt verabschiede ich mich wieder. Tschüssi, das war unsere heutige kurze wissenschaftliche Tagesschau heute zu diesem hochwichtigen Thema. Tschüssi, bis bald.